Ja, liebe Gäste, säkulare Humanisten, Christen, Moslems, Menschen, herzlich willkommen hier in der religionsfreien Zone. Wir freuen uns sehr, dass wir hier in der Schauburg zu Gast sein dürfen. Und ich will gar nicht viele Worte verlieren. Ich will vielleicht nur mal exemplarisch all jenen danken, die mitorganisiert haben. Ich werde jetzt nicht die einzelnen Namen nennen, nur so viel für Sie vielleicht. Wir haben so aktiv organisiert ein halbes Jahr, atmen jetzt tief durch, wenn alles klappt. Sind im Zusammenhang mit der religionsfreien Zone mindestens, ich habe es mal überschlagen, so um die 5000 E-Mails hin und her gegangen. Zehn Leute, 20 Veranstaltungen in vier Tagen. Wir hoffen, dass das eine schöne Sache wird. Und auch wir glauben, und darum geht es hier, Wir glauben, dass Wissenschaft, Philosophie, Kunst und Kultur reichen. Dass das vor Gott weggelassen werden kann. Und all das versuchen wir hier zu leben. Wir wollen mit Ihnen, mit Euch neue Ideen entwickeln, vorandenken. Nicht in Ideen und Texten ertrinken, sondern auch zu Taten schreiten. Und zuallererst und zur Eröffnung der religionsfreien Zone hier im Kino Schauburg dürfen wir Herrn Michael Bittner begrüßen. Es ist uns eine große Freude. Er wird also den Reigen der Lesungen hier eröffnen. Er ist in Görlitz geboren, lebt in Dresden und schreibt wochenendes für die SZ eine Kolumne. Er ist ansonsten einer der fünf Autoren der Lesebühne Sachs Royal in der Scheune. Und ja, ich denke, damit übergebe ich Ihnen jetzt das Mikrofon und wünsche uns allen eine schöne religionsfreie Zone, provokative Tage, angeregte Diskussionen und einen hellen Blick in die Zukunft. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie gekommen sind zu dieser frühen Stunde um 17 Uhr schon. Dass Sie es geschafft haben, ich vermute mal, es liegt daran, dass Sie arbeitslos sind und nicht durch den Schaum mussten. Ich bedanke mich auch beim Gefahr e.V. für die Einladung und ich versuche, dem gerecht zu werden, indem ich eine Reihe von kleineren Texten vortrage, die im weitesten Sinne mit Religion zu tun haben. Ein paar Kolumnen, ein paar Essays, ein paar Geschichten und ich hoffe, Sie haben Spaß bei dieser Lesung. Der erste Text, muss ich vielleicht noch dazu sagen, ist entstanden in einem anderen Zusammenhang. Man kann sich als Autor nicht immer aussuchen, worüber man schreibt. Manchmal bekommt man auch Aufträge. Und der Auftrag war, ich weiß gar nicht mehr, war es das Jubiläum der Glühbirne oder die Abschaffung der Glühbirne, irgendwie sowas. Und ich sollte was über Glühbirnen schreiben. Und habe folgenden Text verfasst mit dem Titel Erleuchtung. Suchen wir nicht alle nach Erleuchtung? Verlieren wir nicht alle einmal den Faden im dunklen Labyrinth des Lebens? Irren wir nicht alle umher auf unserer Suche nach Sinn, nach Glück, nach Liebe? In solchen Momenten wünschen wir uns einen Führer herbei, der uns an die Hand nimmt und uns den Weg ins Licht zeigt. Letztens überkam mich der Wunsch nach Erleuchtung in einer überfüllten Bahnhofsbuchhandlung. Ich irrte zwischen den Regalen umher, er quetschte mich an den Leuten mit ihren Rucksäcken und Rollkoffern vorbei und stöberte in den Auslagen. Im Hintergrund dröhnten die größten Hits von Wolfgang Petry vom Band, was mich noch mehr zur Eile trieb als die Abfahrt meines Zuges. So viel Papier ringsum, aber wer hatte ein Wort für mich übrig? Wo sollte ich die Wahrheit finden? Etwa in Wuff, dem Hundemagazin? In der Frau mit Herz oder in der Super-Elu? Da lächelte mir plötzlich vom Titel eines Buches ein glatzköpfiger Mann entgegen. Er schaute nicht nur geheimnisvoll milde und voller Weisheit, nein, sein Kopf ähnelte auch stark einer Glühbirne. Das musste die Erleuchtung sein, nach der ich so lange verzweifelt gesucht hatte. Es war der Dalai Lama. Sein Buch hieß Ratschläge des Herzens. Ich ging hinüber zur Kasse und bot der Verkäuferin an, für das Werk mit einem gütigen Lächeln zu bezahlen, aber sie bestand auf 8,90 Euro. Natürlich kannte ich den Dalai Lama schon aus dem Fernsehen. Besonders beeindruckt hatte mich immer seine unermüdliche Tätigkeit. Dieser Mann ist ja nicht nur reisender Vertreter für Liebe und Frieden und König von Tibet außer Dienst, er schafft es auch noch nebenberuflich als Halbgott zu arbeiten und trotzdem verlehrte nie die Geduld und sein verschmitztes Lächeln. Ihm bleibt sogar noch die Zeit, um persönliche Freundschaften mit anderen Erleuchteten wie Roland Koch CDU zu pflegen. Im Zug fing ich an, in den frisch erstandenen Ratschlägen des Herzens zu blättern. Ich war wie geblendet von der Weisheit, die mir schon auf den ersten Seiten entgegenstrahlte. Zitat Und dann folgte ein guter Ratschlag auf den nächsten. Es war erstaunlich. Der Dalai Lama hatte wirklich für jeden Menschen den passenden Tipp parat. Zum Beispiel für die Alten. Denken Sie an all die Menschen, die jung sterben und freuen Sie sich darüber, dass Sie ein langes Leben haben dürfen. Oder für die Kranken. Nehmen Sie doch einfach das Heilmittel. Oder für die Sterbenden. Der Tod ist ein kritischer Augenblick und es ist sinnvoll, sich gut auf ihn vorzubereiten. Oder für die Selbstmordgefährdeten. Ganz allgemein gesprochen verzichtet ein Mensch, der sich umbringt, auf jede Möglichkeit, sein Problem zu lösen. Oder für Ehepartner. Der Mann muss seine Frau zufriedenstellen und die Frau muss den Mann zufriedenstellen. Oder für die Armen. Es hilft überhaupt nichts, verbittert zu sein und sich gegen die Besitzenden aufzulehnen. Oder für die Politiker. Ehrlichkeit ist eine ganz wesentliche Eigenschaft. Ja, sogar den Soldaten redete der Dalai Lama ins Gewissen. Zumindest müsste man dem Krieg wieder eine menschliche Dimension verleihen. Merkwürdig. Die Ratschläge des Dalai Lama erinnerten mich an die Besinnungsaufsätze, die wir als Schüler in der Unterstufe schreiben mussten. Es schien ihm wirklich gelungen zu sein, sich seine Kindlichkeit zu bewahren. Tatsächlich räumte er ein, sich nie mit einem Übermaß von Bildung belastet zu haben. Wenn junge Menschen nicht all ihre Anstrengungen aufs Lernen konzentrieren, dann wird es ihnen später schwerfallen, diese Lücke zu füllen. Ich habe das am eigenen Leib feststellen können. Dennoch war er zu seiner bewundernswerten Weisheit gelangt. Ich überlegte lange, was sein Geheimrezept sein könnte. Da stieß ich auf die entscheidende Zeile. Ein großer Teil unseres Leibs rührt daher, dass wir zu viel denken. So einfach hatte der Dalai Lama sich also vom Leid der Welt befreit. Er hatte das Nachdenken eingestellt. Ich las weiter. Ich spürte, wie ich Seite um Seite den Innersten des Heiligtums näher kam. Das Mantra des Gurus versetzte mich in Hypnose. Von einem gewissen Standpunkt aus ist es möglich, alles von der positiven Seite zu sehen. Selbst Leiden kann als wohltuend betrachtet werden. Die Leute im Zug, die Leberwurstbrote aßen, Rummelplatz-Techno hörten oder sich über den Holocaust unterhielten, störten mich plötzlich nicht mehr im Geringsten. Meine dunkel grollenden Aggressionen lösten sich auf wie Schäfchenwolken im Frühlingswind. Und ich wiederholte in meinem Kopf immer wieder die heilige Botschaft. Egal in welcher Situation wir uns befinden, es ist immer möglich, etwas Positives darin zu sehen.